Niko, du's? Klar. Ja man, jetzt kommen die Siege. Jetzt kommen die Siege. Mach deinen Rucksack auf, ich komme. Ah, Wüpfelwürrer. Easy. Den Weg kenne ich, da kann ich den besten Weg. Knallball zum Beispiel. Manchmal kann man da nichts machen. Wenn von zwei Seiten ein Ball kommt und unter dir noch die Plattform wegfällt, da kannst du dann auch nichts mehr machen, weißt du. Egal wie gut du bist. Wenn hier so viele Leute sind, sehe ich gar nichts. Aber das als erste Runde ist aber auch assi, ne? Man sieht ja nichts. 44 Punkte fürs Team. Risk, risk, risk. Let's go. Risk. Ich brauch den Risk. Da ist es. Und nochmal Mitte. Egal. Aua. Ich wusste es. Ey, wie kann das sein, dass alle vor mir reinkommen? Seit wann ist denn hier so ein Ding? Boah, ins Ziel. Wir machen Duos am besten. Und ich bin ein Duo-Partner. Ich wurde noch nie von diesen Bällen getroffen. Hä? Ich seh' dich, Nico. Als ob, dass das gerade hoch geht. Ich hab auch manchmal so ein Pech. Oh, Junge. Auf diesem Moment haben wir trainiert. Ja, Mann. Jetzt gilt es. Ich mach' wieder die Renntaktik. Ich bin Renner. Oh, oh. Okay, ich renne doch nicht. Hier fallen schon Sachen runter. Darauf haben wir hin trainiert. Ich überlege rüber zu gehen. Wenn wir auf beiden Seiten einen haben. Du bist auch rübergegangen? Da vorne fällt wieder einer runter. Ich glaub' wir sind auf der richtigen Seite. Zum Glück bin ich rübergekommen. Ich hätt' so Nasengluten jetzt. Da vorne ist der wieder runtergefallen. Das ist so unglaublich. Zum Glück sind wir rübergegangen. Ich hab' einen rausgeworfen. Ich glaub' ich hab' wieder einen rausgeworfen. Wieder einen rausgeworfen. Ich bin der Rauswerfer. Alter, ich hab' so viele rausgeworfen. Ich hab' so viele rausgeworfen. Das ist unglaublich. Komm, wir sind zwei gegen... Gegen jeweils einen oder so. Einen, noch einer raus. Zwei gegen einen, komm. Digga, wir sind zu zweit noch drin. Was ist das denn? Wir sind die... Die Goats, Alter. Einfach beide noch drin gewesen. Alter. GG, Digga. Einfach alle weggehauen. Weißt du, wie viel ich rausgeschmissen hab? Alter, war das geil. Mega Runde, Mann. Also, ist cooper restrictions ist, dass wir schauen. Und das ist Jegmentemer. Mönch. Vielen Dank.